Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft Hyper Machines hier in meiner Schmelzanlagen Raumgedingse. Okay, egal. Wir werden heute wieder ein bisschen weitermachen an unserem Fusionsgenerator. Das ist eine richtig große, schöne, lange Ewigkeitsaufgabe, habe ich das Gefühl. Aber egal. Wir machen hier ein bisschen weiter, dass das ein bisschen vorankommt. Hier, ne, hier so, zack, zack. So, Chrom habe ich schon einiges gemacht. Chrom haben wir schon 66 Blatten. Ich habe hier auch schon die, muss ich jetzt kurz gucken, ich kann ja eigentlich hier eingeben, Fusion. Die habe ich schon mal erstellt, also schon mal reingemacht. Wir brauchen 32 von denen hier. Ja, das wird ein bisschen viel. Ich werde jetzt erst mal gucken. Wir können ja noch mal ganz kurz hier reinschauen. Ich habe noch nicht weitergemacht. Das heißt, hier ist es noch fast so wie beim letzten Mal. Außer, dass ich Lampen hier reingesetzt habe, weil es mir dann doch zu dunkel wurde. So. Gut. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Hier kommt ein, äh, matt. Hier auch matt. Dann hier kommt, oder war das doch? Matt, matt. Controller, matt, matt. In die Mitte das. Ähm, hier für die Energie. Wie wir die Energie hier runterbringen, ist noch eine gute Frage. Ich werde wahrscheinlich dann doch hier irgendwo noch mal ein Loch reinhauen und dann hier unten die, äh, Solarpanels dran machen, weil wir brauchen ja für den zu starten, nur um den zu starten, brauchen wir 400 Millionen EU. Ähm, guck mal auf der Karte, sieht das schon richtig cool aus, oder? Der Ring hat schon irgendwie was. Ja, wir brauchen 400 Millionen EU, nur um den zu starten. Und da ist noch keine richtige Energie gewonnen, sondern einfach bloß gestartet. So. Hier gucke ich auch noch mal ganz kurz. Hier ist noch ein bisschen Rubin-Dust drin. Ich habe, äh, zwei Pufferizer mit dran gemacht. Ähm, die Testwelten, da gehen wir lieber nicht rein. Das, äh, bringt den Server so ein bisschen zum Abstürzen. Und, ähm, ja. Hier haben wir schon wieder ein bisschen was an Titanium. So. Hätte ich mal früher drauf kommen können, dass ich einfach mal zwei hinbaue, aber okay. Kann man ja nicht immer an alles denken. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht einfach hingehe. Wir haben ja eigentlich hier, ne, richtig gute Energiequelle, ne. Ich werde am Anfang erstmal die Solarpanels, die oben sind, nehmen, weil, äh, für die anderen Solarpanels, das ist einfach extrem viel, was wir dafür brauchen. Ähm, unter anderem brauchen wir ja auch sehr viel Iridium. Ich meine, ich habe jetzt 35. Das reicht gerade so für, ähm, für die, für die, für die Fusionscoils, glaube ich. Aber gerade so. Ähm, ich hätte viel, viel mehr Juju Meta. Das Problem ist, dass der Server sich momentan, also ständig, einfach abschaltet. Also, ich gehe off. Zehn Minuten später kriege ich dann die Nachricht von Master zum Beispiel. Ja, der, äh, Server ist nicht erreichbar. Und, und, und. Und dann gucke ich und dann sehe ich, hä? Ne, wirklich nicht erreichbar. Weil wir haben ja hier auch die zwei Queries aufgebaut. Und wie ihr sehen könnt, die sind immer noch nicht fertig. Die sind immer noch nicht fertig. Es sind immer noch die gleichen Queries wie vorher. Und, ähm, ja, das ist ein bisschen verwunderlich für mich. Warum der Server sich ja dauernd von selbst ausschaltet. Da muss ich mal dem Ganzen auf die, äh, Spur kommen und werde das Ganze mal prüfen lassen. Weil ich kenne mich ja damit nicht aus, aber prüfen lassen kann man es ja. So, wir können ja mal jetzt sagen, ähm, also hier haben wir noch, äh, schon 11 Machine Casings drin. Aber ich hätte jetzt gern von diesen Fusion, Fusion, brauchen wir 32. Wir machen erstmal eine, weil um diese Fusion-Dinger zu bekommen, nimm mal, Titanium müsste drin sein. Zwei, äh, gar nichts mehr, okay. Titanium brauchen wir. Um diese Fusion-Dinger herzustellen, Fusion, ähm, brauchen wir schon einiges, ne? Unter anderem die Teile hier. Äh, die gehen ja noch. Ich hab mal das hier einprogrammiert. Also dieses Rezept, da müssen wir Sodium-Zelle, äh, Kubo, ja, ne? Hab ich schon ein bisschen was, äh, Cells. Ihr seht, äh, äh, Zellen war ich sehr fleißig, ne? So. Ja, jetzt fehlt nur noch Titanium. Titanium, ihr wisst, kriegen wir nur da mit. Ähm, haben wir aber jetzt auch schon wieder, wenn ich das richtig sehe, ein paar Stück. So. So. So, zwei haben wir. Dann können wir das gleich hier durchbraten. Ich hoffe, die Energie reicht, weil beim letzten Mal hat er ein bisschen umgepinst. So, hier haben wir auch schon wieder zwei. Und hier sind auch wieder zwei. Und da waren auch noch vier drin. Wunderbar. So. Auch gleich wieder hier rein. Zack. Dauert halt ein bisschen länger, bis das Ganze durchgeschmolzen ist. Leider Gottes. Äh, die Sampler-Maschinen, ah, da hab ich schon rausgeholt das Zeug, was da drin war. Okay. Ähm, passt schon. Das holen wir mal raus. Das holen wir auch raus. Ähm, hier, das machen wir hier rein. Das hier raus. Ah, es ist, es ist schon ganz gut, was wir hier zusammen bekommen. Dann können wir hier auch gleich mal, zack, zack. Hier hinten, einmal gucken. Da hab ich schon reingeschmissen. Hier, hier sind 23 drin, genau. So. So. Schmeißen wir gerade nochmal dazu. Die hier, nehmen wir mal die Hälfte raus und schmeißen die... Ach, guck mal. Schmeißen die hier rein. Äh, davon... So. Ähm, die schmeißen wir hier mit rein. Die holen wir raus. Hier ist noch... Hier ist noch was drin. Okay. Die können wir dann auch wieder gleich hier rein machen. So. Äh, zack. Deutroi. Wir haben ja schon gut Zeug, ne. Das heißt, wenn wir, wenn wir mal hier reingucken, wir haben, davon haben wir sieben. Und von dem haben wir 43. Das heißt, ich werde jetzt mal mehr Tritium machen. Ähm, weil das brauchen wir auf jeden Fall auch. Sonst haben wir bloß sieben, ähm, von... Ja, gut. Bisschen mehr haben wir schon, mehr Zellen. Aber egal. So. Das können wir auch noch... Ne, das ist Sodium. Das brauchen wir da drin. Hydrogenzellen. Die brauchen wir. Die müssen wir machen. So, ähm... Was ich jetzt auch noch gucken möchte... Passt das hier jetzt? Ah, das Titanium fehlt noch. Dürfte inzwischen... Dürfte ja da schon... Keins fertig sein. Okay. Ach, wegen der Energie, ne. Ah, krass. Die Energie. Die kriegen zu wenig Energie. Das ist das Problem. Ähm... Ja, dadurch, dass die vier Maschinen, fünf, sechs, ne, fünf, eigentlich alle hier unten an demselben Kabel hängen, äh, ist das halt mit der Energie schon so ein bisschen schwierig. Oh, was ich auch noch machen möchte, ist... Kompressor. Den nehm ich mal hier raus. Dann hätte ich gern ein paar... Over. Hä? Over. Hä? Habe ich die nicht automatisiert? Habe ich die doch automatisiert gehabt. Ach so, ich musste... Ich musste auf ein Backup zurückgreifen. Da das Ganze nicht funktioniert hat. So, jetzt muss ich überlegen. Fliegt mir das jetzt um die... Ja. Soviel zu dem Thema. Ganz cool. Da bin ich wie... Da... Höh... Jetzt habe ich zwei, ich weiß nicht, warum ich zwei habe, und... Na, okay. Ja. So. Einmal kurz geflogen. Äh, ja, gut. Ich habe keine Ahnung. Den großen Kompressor, den mache ich wieder weg, weil der ist eigentlich... Gefällt der mir überhaupt nicht. So, den Kompressor... Was mache ich denn damit? Schmeiße ich einfach mal weg. Ich meine, immerhin... Uah! Da geblieben. Immerhin habe ich mir den jetzt... Äh, ja... Ich habe den nicht mal ercheatet oder sowas. Sondern der war einfach in meinem Inventar. Okay. So. Da läuft alles. Das ist auch okay. Hier gucken wir mal kurz rein. Wieder drei. Da, so. Nehmen wir raus. Machen die hier rein. Ich lasse das jetzt ein bisschen durchlaufen. So, Titanium läuft auch durch. So, dann gucken wir mal. Ist... Ist das jetzt fertig? Der erste Block. Wir haben einen Block. Einen Block haben wir. Ist halt krass. Wir brauchen extrem viel Titanium. Wir brauchen viel Chrom und und und. Iridium natürlich auch. So. Und die hier... Also, die Erde muss hier weg. Und die werden einfach hier reingesetzt. Das heißt, wir brauchen 32 von denen. Ähm... Jetzt nur noch 31. Das ist ja schon mal was, ne? Das ist fantastisch. Aber das werde ich auch, wie gesagt, mehr Offscreen machen einfach. Ich bin jetzt auch am überlegen. Ich werde jetzt zuerst mal diese Maschine hier machen. Das heißt, den Fusionscomputer. Ähm... Irgendwo habe ich auch meinen super klasse Megazettel hingeräumt. Wie viel ich von was, welcher Sorte ich brauche. Ähm... Wenn ich es noch wüsste, würde ich es jetzt sagen, direkt hier steht es. Und dann haben wir da... Da ist er. Puh. Gott sei Dank. Wir werden erstmal die kleineren Sachen machen. Weil... Wir uns dann nämlich besser auf alles konzentrieren können. Das... Au, 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 uh... So. Wieder raus. So. Ähm... Was brauchen wir denn? Wir brauchen... Den Extraktor. Wir brauchen... Quantum Tank. Wir brauchen... Wir machen uns am besten erstmal den Fusionscomputer. Der ist wird am einfachsten sein. Ähm... Ach guck mal, da ist er ja schon. Fusionscontrol Computer. Okay. Wobei der eigentlich... Also wir brauchen sechsmal das. Flow. Die haben wir doch automatisiert, oder? Yay! Hey, den haben wir sogar. Perfekt. Ähm... Dann brauchen wir Gregg Tech. Oh. Ah, das war... Oh, 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 oh. Wir brauchen einen Fusionscoil. Geil. Okay. Fusionscoil. Soll ich den von unten holen? Ich hol den von unten. Ich hol den lieber von unten. Kann ich den... Ich weiß nicht, wie man den abbaut. Ich will es auch nicht riskieren, dass der kaputt geht. Ähm... Dann machen wir uns halt einen neuen. Brauchen wir ja bloß ein bisschen Titanium nochmal. Dürfte ja in Zwischenzeit schon ein bisschen was rausgekommen sein. So, zack. Zack. Dann nehmen wir Bauxite nochmal. So, einmal. Achso, nicht Sells, sondern Bauxite. Da haben wir ja schon einiges gesammelt. Äh, so. Äh, halt. Aber doch, das kann man auch gleich mitnehmen. So, einmal. Ja, und so geht's, wenn ich Offscreen spiele, eigentlich die ganze Zeit hin, her, hin, her, hin, her, hin, her. Die ganze Zeit hin und her. Nur damit ich den Scheiß zusammen bekomme. Jetzt bin ich am überlegen, werde ich, ob ich den, ähm, diesen Fusionscontroller, ob ich den automatisieren soll und dieses Zeug, weil an und für sich brauchen wir den nicht unbedingt zu, äh, zu, ähm, automatisieren. Also, die haben wir schon, die haben wir schon. Das heißt, eigentlich müsste man nur noch das hier automatisieren. Das dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Die haben wir. So, Data Orb. Müsste ich jetzt mal gucken. Data. Data Orb haben wir schon. Das ist auch sehr schön. Das nehmen wir gleich mal raus. Ich glaube, das hatte ich sogar vorbereitet, weil wir die craften können und die müssen wir in die Assembler-Maschinen dann reinmachen, die zwei, und kriegen den Data Orb. Okay. Okay. Wunderbar. So. Das habe ich, das habe ich, und in der Mitte habe ich ja auch. Computermonitor. Das sieht eigentlich ganz easy aus. Aluminium, Glas und Farbe. Aluminium. Platten. Ähm, kriege ich die einfach so? Hm. Blattbending-Maschinen. Okay. Das ist ja kein Problem. Also, Aluminium haben wir ja wirklich mehr als genug. So, hauen wir mal da rein. So. Dann brauchen wir noch Glas. Also, besser gesagt, Glasscheiben. Ähm, dann machen wir das. Ach, ich bin wieder das Vanilla gewohnt. Ich habe die Tage, habe ich ein bisschen Vanilla, auf dem, auf dem neuen Server Vanilla gespielt. Und das war ganz cool, mal wieder Vanilla zu zocken. So, muss ich, muss ich zugeben. War lustig. Vor allen Dingen die 1.9, die ich ja vorher noch nie gespielt hatte. Und Farbe, wir brauchen grün, blau, Glowstone und rot. Red. Green. Haben wir nicht. Wie kriegen wir grün? Grüne Farbe. Ach, Kaktusgrün. Ja, ja, natürlich. Kaktusgrün. Kaktus. Und, ähm, Bone Meal. So, das heißt allerdings erstmal, dass ich den schmelzen muss. Ah, ich schmelze da vorne drin, das geht schneller. Ähm, zack. Ach so, wer sich wundert, ich habe hier auch ein bisschen Messerator und nochmal den Furnace dran gemacht. Einfach nur, um, ja, um es schöner zu haben. So, so. So, das automatisieren wir jetzt nicht unbedingt, das brauchen wir nicht. So, das haben wir. Dann brauchen wir noch blau, da können wir, ähm, äh, Lapis nehmen. Dann hat der wenigstens mal einen Sinn, Lapis und. Ähm, was noch? Was noch? Glowstone, ne? Ja, müssen wir auch bald mal wieder sammeln gehen. So, dann hätte man das. Dann können wir den Computer eigentlich schon machen. So, das heißt, der kommt in die Mitte. Grün nach oben. Blau nach da. Das nach da. Die hier hin. Und Glowstone. So, dann haben wir den Computer. So, Hammer. So. Zwei. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Wir brauchen Orb und Computer. Und was kommt in die Mitte? Advanced. Okay, wir brauchen noch einen Advanced-Block. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Advanced. Okay. Nochmal Advanced. Dazu müssten wir eigentlich alles haben. Wir machen in der nächsten Folge allerdings erst weiter. Dann tun wir das Ganze automatisieren. Und werden dann den Computer schon mal herstellen. Bis dahin sagen wir mal Tschüss, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.